Hallo! Für den Quizmaster geht es hier um alles. Dieser Sendeplatz, dieses Studio, diese Band, alles was dazugehört. Man kann diese Show gewinnen. Die Fragen, nochmal zu der Bierfrage. Sehr dumm, ne? Die Antworten. Geh weiter, Joko. Noch viel dümmer. Null Ecken. Richtig, null Punkte. Vielleicht gilt das so als halber Punkt? Egal, wie wir es jetzt drehen und wenden. Nur wer hier übrig bleibt, der hat dann auch die Chance, die Show zu gewinnen. Kannst dich hinsetzen, Joko. Wer das sein wird, wir werden es klären. Joko zockt um seinen Job. Zuschlag bei... Wer stiehlt mir die Show? Ab Dienstag, 20.15 Uhr. ProSieben.